Wasser tut gut. Kennst du das Gefühl, du bist auf einer Velotour und kommst an einem Brunnen vorbei. Du hältst an, tauchst deine hitzigen Wasser ins Arme, spritzt dir einen tüchtigen Schwall erfrischendes Wasser ins Gesicht, nimmst einen Schluck direkt ab dem Hahn und dann füllst du noch deinen Bido auf und dann geht es weiter. Nicht auf einer Velotour, aber an einem Brunnen war eine Frau vor ca. 2000 Jahren. Sie wollte Wasser schöpfen. Am Brunnen begegnete sie dabei Jesus. Dieser sagte viele erstaunliche Dinge zu ihr. Eines davon, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Jesus hat damit nicht das Problem gelöst, dass der Mensch Wasser braucht. Nach wie vor verdursten wir, wenn wir keine Flüssigkeit auf uns nehmen. Jesus sprach von einem anderen Durst. Wir Menschen tragen vielerlei Sehnsüchte in uns. Manche können wir stillen, andere denken wir, dass wir sie gestillt haben. Und ganz sicher gibt es viele Bedürfnisse, die ungestillt sind. Bist du auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? Suchst du mehr Sinn in deinem Leben? Hast du eine Sehnsucht in dir, dass da einfach mehr sein sollte? Willst du Gott in deinem Leben haben? Willst du mehr von Gott in deinem Leben haben? Dann hör dir an, was Jesus dir zu sagen hat. Komm. Komm und trink. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Dieser Gottesdienst heute ist eine Einladung. Eine Einladung, dass du kommen darfst. Kommen darfst zu diesem Gott, zu diesem Jesus. Und er dir Wasser, Lebenswasser geben will. Hast du diese Quelle schon entdeckt? Bist du angeschlossen an diese einzigartige Quelle? Jesus ruft es dir noch einmal zu. Und er rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn du eine Sehnsucht nach Gott in deinem Leben hast, dann kannst du da, wo du bist, Jesus sagen, dass du dieses Angebot annehmen willst. Und er wird in dein Leben kommen und es total verändern. Er gibt dir Lebenswasser umsonst. Er macht dein Leben reich und erfüllt. Ich muss aber auch ehrlich sein zu dir. Manche Dinge ändern sich nicht. Du wirst immer noch Durst und Hunger haben. Deine Rechnungen sind nicht plötzlich bezahlt. Die Arbeitsstelle ist, wenn sie es vorher war, immer noch kompliziert. Und manche Menschen werden dich immer noch ärgern. Doch in allem wirst du Frieden und Liebe finden und eine Kraft, deinen Alltag zu gestalten. Egal, was du gemacht hast, du kannst zu Jesus kommen. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann gilt sein Ruf dir immer noch. Komm, komm zu mir, lass dich erfüllen. Die Frau am Brunnen wusste nicht, wem das sie begegnet. Erst im Verlauf vom Gespräch merkte sie, wer da mit ihr spricht. Wir wollen nun aber zusammen diese Geschichte lesen. Wir lesen sie im Johannes-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 6. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine samaritische Frau. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fliesst bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Was für eine eindrückliche Begegnung an diesem Brunnen. Die Frau ist völlig überrascht, dass Jesus mit ihr spricht. Ein Jude und dann noch ein Mann und er lässt sich auf dieses Gespräch ein. Es kommt ihr komisch vor, dass dieser Jesus ihr Wasser geben will und kann, obwohl er kein Gefäss hat zum Schöpfen. doch sie muss vom Auftritt von Jesus überzeugt gewesen sein, denn sie ging auf sein Angebot ein. Ja, sie sah ihren persönlichen Vorteil, wenn sie auf das Angebot von Jesus eintritt. Darum sagte sie, Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen. Was für ein gutes Angebot. Nicht mehr zum Brunnen laufen zu müssen, in der Mittagshitze, nicht mehr schuften, nicht mehr schwitzen. Verlockend. Drei Dinge sind hier passiert. Erstens, die Frau, die hat erkannt, Jesus hat mir etwas zu bieten. Zweitens, sie hat dieses Angebot verlockend empfunden und hat gesagt, ich will das. Sie hat sich entschieden, dieses Angebot anzunehmen. Noch wichtiger ist aber die Reaktion von Jesus. Jesus geht vordergründig nicht auf ihren Wunsch ein. Er wechselt das Thema. Er zeigt ihr auf, was in ihrem Leben nicht stimmt. Er spricht direkt ein Problem an, das im Leben der Frau aktuell ist. Sie lebt mit einem Mann zusammen, der nicht ihr Mann ist. Sie lebt nicht so, wie Gott das will, mit einem Mann zusammen. Das Lebenswasser zu bekommen, heisst nicht, dass es zum Selbstzweck ist. Wenn wir uns entscheiden und Ja sagen zu diesem Wasser, dann heisst es nicht, dass unsere Alltagsprobleme alle gelöst sind. So wie bei der Frau, die dachte, ich muss dann nicht mehr zum Brunnen laufen und mühsam Wasser holen. Das Angebot von Jesus ist nicht ein Leben, wo deine eigenen Wünsche, Bedürfnisse einfach alle erfüllt werden. Vor allem, wenn diese Wünsche nicht Gottes Ansichten entsprechen. Das Lebenswasser zu bekommen, heisst, die Dinge zu ändern, die dein Leben zerstören. Jesus weiss, was in deinem Leben schiefläuft und was es braucht, dass deine Sehnsüchte erfüllt werden. Vertraust du ihm? Vertraust du Jesus? Dann lass es zu, dass er deine Schwachstellen aufweist und dich verändert. Die Samariterin, die hat einiges falsch gemacht in ihrem Leben und trotzdem galt dieses Angebot auch hier. Jesus sagte zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fliesst, bis ins ewige Leben. Dieses Angebot gilt heute noch und dieses Angebot gilt dir. Angeschlossen an diese Quelle bedeutet, dass es reicht bis in die Ewigkeit. Deine Zukunft nach dem Tod ist geregelt in diesem Moment. Du darfst wissen, dass du einmal bei Gott sein wirst. Aber bis dahin darfst du ein erfülltes Leben haben und mit Jesus deinen Alltag gestalten. Und wie du diesen Alltag gestaltest, ist relevant. Dieser Jesus, der uns einlädt, dieser Jesus wird auch wiederkommen. Er hat gesagt, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Und wenn er wiederkommt und jedem gibt, wie sein Werk ist, bedeutet das, dass das, was wir hier machen, was wir hier erleben, wenn wir noch auf dieser Erde sind, dass dies relevant ist. angezapft an diese Quelle vom Lebenswasser bedeutet, dass wir etwas daraus machen. Es nimmt uns in eine Pflicht, dieses Wasser in unserem Leben zu brauchen. Das Wasser will in dir Leben spenden. Es ist eine Kraft, die etwas bewirken will. An einem anderen Tag sprach Jesus ebenfalls von diesem Wasser zu anderen Leuten. Das lesen wir in Johannes Brief 7, Kapitel 7, Vers 37. Es war an einem Fest, am grössten Fest, das die Juden feiern. Und da hat er ausgerufen, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heisst, Ströme von lebendigem Wasser fliessen. Hier sehen wir, es geht nicht nur darum, dass dieses Lebenswasser dich zum ewigen Leben führt. Mit dem Schritt, mit dem Ja zu Jesus, indem du das Angebot annimmst, bekommst du auch seinen Heiligen Geist. Ein Siegel, das dich in die Ewigkeit bringt. Doch dieser Heilige Geist will hier und jetzt auch in dir wirken. Er wirkt aktiv. Ich möchte das dir in einem Vergleich erklären. Du bist ein Gefäss. Ein Gefäss, das Gott gemacht hat. Wir alle weisen unterschiedliche Formen, Farben auf, haben unterschiedliche Charaktere und das ist so schön, dass wir nicht alle gleich sind. Du bist einzigartig, gestaltet von Gott. Wenn du jetzt Jesus in dein Leben lässt, dann spült er aus dir allen Dreck aus. Jesus will dich persönlich ermutigen, erbauen, verändern, heilen. Er will deine Sehnsüchte stillen. Mit sich hat er dir alles gegeben. Du bist perfekt gemacht von Gott. Doch manchmal leben wir nicht so, wie Gott sich dies denkt und unser Potenzial ist nicht ausgeschöpft. Gott will uns verändern, so wie zum Beispiel diese Tasse hier. Wenn ich hier warmes Wasser als Vergleich das Lebenswasser einfülle, so passiert mit dieser Tasse etwas. Es ist immer noch die gleiche Tasse, doch sie verändert ihr Aussehen. Das Wasser bringt neue Farben, neue Facetten hervor und so ist es auch bei dir. Durch Jesus und seinen Geist kannst du verändert werden. Punkte in deinem Leben, die dir nicht gut tun, wirst du weglassen müssen. So wie Jesus die Frau aufgefordert hat, ihren dunklen Punkt aufgedeckt hat und die Wahrheit ans Licht gebracht hat, so bringt auch Jesus in dir etwas ans Licht, das du rauswerfen kannst. Und wenn dich Jesus verändert, dann ist es immer gut. Wie bei der Frau am Brunnen ist die Reaktion von Jesus nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Die Frau musste weiterhin zum Brunnen laufen. Deine Sehnsüchte, deine Wünsche werden vielleicht nicht sofort beachtet und du betest vielleicht schon lange für etwas und hast das Gefühl, Gott gibt dir keine Antwort. Jesus sagt aber zu dir, ich bringe Leben und dies im Überfluss. Er füllt dein Leben aus. Vertraust du ihm? Wenn du dich von ihm füllen lässt, dann passiert etwas Wunderbares. Es stoppt nicht, wenn du gefüllt bist, sondern wenn du dich von ihm erfüllen lässt, wenn du sein Geist dich ausfüllen darf, dann wirst du irgendwann auch überfließen. Du läufst über und dein Umfeld bekommt etwas mit von diesem Überfluss, wie wir gelesen haben, dass Ströme von lebendigem Wasser ausfliessen. auch das ist doch erfrischend im Hochsommer, wenn du deine Füsse ins kalte Wasser tauchen kannst. Und genau so soll es deinem Umfeld gehen, wenn du ausgefüllt von diesem Jesus, von seinem Geist lebst und überquillst. Was heisst das konkret? Ich möchte dir zwei Beispiele nennen. Jesus schenkt uns seinen Frieden. Mit dem Lebenswasser kommt Frieden in dein Leben. Du kannst Frieden schliessen mit Gott. Das, was du falsch gemacht hast, ist aufgelöst durch Jesus Christus. Du kannst aber auch Frieden schliessen mit dir selber. Und dann darf dieser Frieden weiter fliessen zu deinen Eltern in dein Umfeld. Es darf die anderen berühren, wenn sie sehen, wie du im Frieden lebst mit diesem Gott, wie du Frieden geschlossen hast. Und dieser Friede, der darf so weit gehen, dass er auch die Menschen berührt, die du nicht leiden kannst. Vielleicht einen Nachbar oder ein Kollege, der unfair mit dir gewesen ist. So kann der Friede weiter fliessen und das soll geschehen. Ein zweites Beispiel ist die Liebe. Gott ist Liebe. Das hat er bewiesen, indem er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Jesus erliebt dich. Jesus hat den besten Beweis gebracht, er hat sein Leben für dich gegeben. Und jetzt bist du erfüllt von ihm. Du kannst dadurch auch ihn lieben. Du kannst Gott lieben, aber das ist das Ende der Auswirkung. Durch ihn kannst du auch deinen Nächsten lieben wie dich selber. Und geht es nach Jesus, kannst du sogar deine Feinde lieben. Sind wir da wieder beim Nachbarn, beim Kollegen, der unfair mit dir ist? Wir schaffen das nicht alleine. Wir können nicht lieben ohne Ende. Ich bin nicht fähig, jeden Mensch zu lieben. Ich brauche diese Kraft, die überfließt. Das wisst ihr schon? Ist es im Kopf oder bereits im Herzen? lebst du in diesem Überfluss oder herrscht bei dir Mangel ohne Ende? Wir sind Gefäße, doch manchmal führen wir uns mehr auf wie so ein Schwamm. Wir tauchen uns ein, gehen in einen Gottesdienst, lassen uns füllen vom Wasser. wir bedienen uns bei anderen und dann haben wir das Gefühl, ja, wenn ich nur genug wieder zurück gebe, wenn ich nur aus mir heraus presse, was geht, dann geht das schon mit dieser Aufgabe, die ich habe. Ich kann mich ja wieder füllen lassen und du tauchst dich wieder ein. Du bist kein Schwamm, das ist kein gutes Beispiel zu leben. Du bist ein Gefäss, unterschiedlich, aber wunderbar und du bist dazu bestimmt zu leben mit einem Gott, der dich füllt und es ist kein anderes Gefäss dazu da, dich zu füllen und du selber bist auch nicht da. um dich zu füllen. Wir alle sind verantwortlich, dass wir mit Gott leben, uns füllen lassen von ihm, angezapft sind an diese Quelle. Versuch nicht zu leben wie ein Schwamm. Du kannst dich nicht selber füllen. Jesus bringt Lebenswasser in dein Leben. Und ganz wichtig, gib Acht auf dich, achte auf dein geistliches Leben, denn nur so kann Leben aus dir strömen. Sprüche 4,23 mehr mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Schau zu dir, lass dich immer wieder direkt von Jesus erfüllen, seinen Geist in dir ausfüllen lassen, so dass er überfließt und einen Affekt hat auf dein Umfeld. Dein Leben in der Gesellschaft soll aber nicht ich zentriert sein. Dadurch, dass du zu dir schaust und dich fühlen lässt, hat das einen Einfluss auf alle anderen. Du bist mit deinen Begabungen dazu berufen, deinen Teil beizutragen in deiner Familie, in der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, damit das uns gelingt, dass wir das umsetzen können. Dazu brauchen wir diese Kraftquelle, dazu brauchen wir diesen Jesus, seinen Heiligen Geist, damit wir dies machen können. Du bist kostbar, ein kostbares Gefäss. Lass dich nicht deformieren, degradieren zu einem Schwamm, verhalte dich nicht selber wie ein Schwamm und manchmal müssen wir aufpassen, dass uns nicht andere zu einem Schwamm machen, indem sie von uns fordern, gib mir noch ein bisschen mehr. Wir können die Wünsche des Anderen nicht erfüllen. Wir können die Anderen nicht ausfüllen, so wie das Jesus macht. Jeder von uns, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, wir sind für uns verantwortlich, dass wir in unserem geistlichen Leben gefüllt sind mit diesem Gott, mit diesem Jesus, mit diesem Lebenswasser, mit seinem Geist. Setz dir auch keinen Korken auf, bleib offen, damit die Quelle weiter in dein Leben fliessen kann. Wie gehen wir damit ganz konkret um? Wir stehen alle im Leben und sind herausgefordert, haben Prüfungen, Leiden, Nöte, Krankheit in unserem Leben und ja, manchmal spüren wir es nicht, dass wir so ganz ausgefüllt sind. Wir können immer wieder ganz bewusst zu ihm kommen, was wir aber machen müssen, ist in unserem Leben immer wieder den Willen Gottes suchen und dazu möchte ich euch ein Beispiel aus der Bibel nennen. Die Hauptperson, die diese Geschichte erlebt hat, die hat hunderte von Lobeslieder gesungen, geschrieben, gedichtet. Daher muss es jemand gewesen sein, der nie etwas Schlimmes erlebt hat. Es wird von diesem Mann gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen ist. Also hat er wohl nie einen Fehler begangen. Nein, im Gegenteil. Dieser Mann, er hat gelitten, er hat gekämpft, er hat versagt, er hat riesige Nöte durchgemacht und er hat riesige Fehler gemacht. Aber er hat eines, er hat diese Quelle entdeckt. Wir lesen wir lesen im Psalm 36, 10 Denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir, in deinem Licht sehen wir das wahre Licht. David hat diese Quelle gefunden. Dieser David, der König wurde über das Volk Israel, der hatte manche Prüfung zu bestehen. Und so wurde er von seinem Vorgänger verfolgt. Saul, der aktuelle König, wollte David das Leben nehmen. Und so kam es zu folgender Szene. David floh in die Wüste, Saul verfolgt ihn mit 3000 Mann. Und sie kamen schon so nahe, dass David und seine Männer wussten, hey, Saul lagert ganz nahe mit seinen 3000 Mann. Die Gefahr war nahe. David wollte das mit eigenen Augen sehen. Und so schlich er sich ans Lager heran mit zwei Leuten und sah, dass die Zelte aufgerichtet wurden für die Nacht. In der Mitte das Zelt von Saul und als Ring lag rundherum als Schutz die 3000 Soldaten. Mutig, wie er war, beschloss er hineinzuschleichen. Und er nahm seinen Neffen mit. Und sie schafften es durch all die Soldaten und Wachen bis zum Zelt von Saul. Und da sagte der Neffe von David zu David, das ist deine Chance. Komm, ich nehme den Speer von Saul und ich durchbohre ihn mit seinem eigenen Speer. Doch David sagte nein, das ist nicht der Wille Gottes. Ich hüte mich Hand anzulegen an den König, der Gott eingesetzt hat. David war gehorsam diesem wunderbaren Gott. Obwohl es die Chance gewesen wäre, die Gefahr zu banden, sofort König zu werden, an sich zu reissen, was ihm ja eh schon gehört. Doch er schlich sich wieder raus aus dem Lager. Er nahm aber den Speer und den Wasserkrug mit und benutzte die später als Beweis, weiss, dass er drinnen war und konnte so Saul zeigen, dass er David es gut meint mit Saul. Du kannst diese Geschichte weiterlesen in 1. Samuel Kapitel 26. Was ich mit dieser Geschichte dir sagen möchte. David wählte den Weg, den Gott ihm zeigte. Er handelte in einer schwierigen Situation genauso, wie Gott es wollte. Er agierte nicht aus eigenem Antrieb, er schaute nicht auf seinen Vorteil, er wollte den Willen Gottes tun. Wenn wir im Leben Entscheidungen fällen, fällen wir sie aus der Fülle von Gott, sind wir ausgefüllt von diesem Wasser und lassen wir uns durch seinen Geist auch zu Entscheidungen treffen, die von ihm inspiriert sind. Mit Jesus Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer einfach. Oftmals scheint es uns, es müsste doch einen einfacheren Weg geben. Doch die Entscheidungen von Gott sind immer gut. Diese zu treffen, dazu brauchst du diese Quelle, dieses Lebenswasser. Wenn du ein leeres Gefäss bist, so kann nichts von dir weiter fliessen, aus dir heraus kommen. Dein Handeln wird mehr von dir selber bestimmt sein, als von Gott. Und dir fehlt auch definitiv die Kraft, so zu handeln, wie Gott das will. Vielleicht hast du auch etwas in deinem Leben, wo du nicht bereit bist, dass Gott dies ausspült. was sind deine dunklen Geheimnisse? Bei der Frau am Brunnen hat Jesus alles ans Licht gebracht. Sie war erstaunt, was er alles wusste. Jesus, er weiss alles. Bring doch ans Licht, was er dir aufdeckt. Bist du bereit, dies aus deinem Leben herausspülen zu lassen? Wir wollen handeln, wie die Frau am Brunnen. Merkst du, dass Jesus dir etwas zu bieten hat? Weisst du, dass er die Lösung ist für deine Probleme in deinem Leben? Vertraust du ihm? Dann geh zum Schritt zwei und sag, ich will von diesem Lebenswasser gib mir mehr davon, erfülle du mich immer wieder neu und dann sei bereit anzunehmen, was Jesus dir gibt. Ich möchte beten. Danke, Vater, dass du uns liebst. Danke, dass du uns begegnest in deiner Liebe und dass du alles getan hast, was es braucht, dass wir zu dir kommen können. Danke, danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dein Leben gegeben hast für mich, aber auch für alle Menschen auf dieser Welt. Und danke, dass du damit uns ein Angebot gibst, dass wir kommen dürfen und du uns füllst mit deinem Lebenswasser, ein Wasser, das uns bis in die Ewigkeit bringt. Danke, dass du uns dieses Wasser gibst, dass du uns deinen Geist gibst, wenn wir zu dir kommen. Und danke, dass das nicht nur ein einzelner Moment ist in unserem Leben, sondern dass es ein fortwährendes Angebot ist, dass wir von diesem Lebenswasser zerren können. Und danke, dass du jetzt in diesem Moment auch uns berühren kannst. Leute, die jetzt zuschauen, berühren kannst, in ihren Problemen, ihren Sehnsüchten und ihnen einen Weg zeigen kannst. Danke, dass du eine Lösung hast. Danke, dass du uns auch hilfst, diese Lösung anzunehmen. Jesus, ich danke dir, dass du alles bist, was wir brauchen. Und ja, wir brauchen dich, damit wir ein Leben führen können, das dir gefällt und das auch einen Einfluss hat auf unser Umfeld. Wir beten dich an. Amen. Zurück zu der Geschichte von der Frau am Brunnen. Die Frau ging vom Brunnen weg und erzählte es weiter. Wir lesen, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen. Das sagte sie zu den Leuten im Dorf, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Noch einige Verse später lesen wir, viele Samariter aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hat ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und auf ihr Wort hin glaubten sie. Wem willst du von dieser einzigartigen Quelle erzählen? Vielleicht schaust du auch gleich mit dieser Person den nächsten Online-Gottesdienst an, der ist nämlich in einer Woche. Dazu bist du herzlich eingeladen. Schön, dass du dabei warst und schön, wenn du wieder dabei bist. Ich möchte dir noch eine Aufgabe mitgeben. Lies heute im Anschluss dieser Predigt oder im Verlauf der Woche in deiner Andacht aus dem Buch Jesaja, das Kapitel 55 und lass dich inspirieren vom Wort Gottes. Sei gesegnet. Gesegnet. Untertitelung des ZDF, 2020